hallo liebe finca locker user ich schicke euch hier ein schönes video aus der wunderbaren finca aelin zwischen philandix und poreres wir haben drei große zimmer hier vor allem herauszuheben eine sehr geräumige und wunderbar ausgestattete küche in der man ganz toll kochen kann und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz hier schicke euch direkt das video aus dem pool hier mit dem hinterhaus mit dem nebenhaus und dann noch mal das haupthaus hier auf der anderen seite wo man dann abends auch noch mal ganz toll beieinander sitzen kann und den abend einfach genießt in der frisch nachdem wir uns essen frisch zubereitet hat wir sind hier mit einer mit meiner familie wir haben kind dabei wir haben die schwiegerelten dabei und die oma sind insgesamt fünf personen haben auch noch mal besuch von der sechsten personen bekommen haben ausreichend platz auch der finca besitzer kümmert sich hier wirklich toll drum weil sie war alle zwei tage hier spricht zwar nur spanisch aber dann hat die kommunikation auch über finca jorka super geklappt von daher gesehen können wir euch die finca nur weiter empfehlen und wünschen euch viel spaß hier danke ciao finca jorka urlaub dir was